Hallo und recht herzlich willkommen liebe Gaming-Freunde, mein Name ist Sirius und das ist eine weitere Folge YouTube Basics, bei der ich heute mal selber nicht im Bild zu sehen bin, denn es geht um das Thema Thumbnails, also um eure Vorschaubilder für die Videos. Es lässt sich nicht verleugnen, dass die Vorschaubilder häufig der Beweggrund sind, warum man überhaupt erstmal ein Video anklickt. Inklusive des Videotitels und eventuell der ersten drei Zeilen eurer Videobeschreibung gehört das einfach mit zum wichtigsten Element, damit euer Video vor dem Anschauen interessant erscheint. Generell ist es ja so, da haben wir schon häufiger drüber gesprochen, wenn erstmal die Zuschauer zu euch gefunden haben, das Video angeklickt haben, dann habt ihr eine Menge Möglichkeiten mit eurer Stimme, eurem Gameplay, seid ihr sympathisch, eloquent, ist es interessant, was ihr im Video zeigt und so weiter und so fort, den Zuschauer zu binden. Was ist aber ganz einfach wichtig, wenn der Zuschauer noch gar nicht zu euch gekommen ist, beziehungsweise wenn der Zuschauer auf eine Vielzahl an Videos trifft und gar nicht so recht weiß, was er jetzt anklicken soll. Bei mir ist es in der Tat so, dass ich mich für ein Design entschieden habe, das ihr vermutlich alle schon mal gesehen habt. Das bedeutet, bei mir ist ganz einfach die linke Seite des Thumbnails weiß gehalten und dann wird das Ganze mit so einem Riss getrennt und auf der rechten Seite gibt es immer ein bisschen Gameplay zu sehen und darüber lege ich ganz einfach einen Schriftzug. Wie ich das gemacht habe, zeige ich euch gleich nochmal im Photoshop. Generell ist es ja irgendwie so, dass man versuchen sollte, aus der Masse an Thumbnails herauszustechen. Sag ich jetzt mal. Und auch irgendwie einen einheitlichen Look zu gewährleisten. Das kann man hier ganz schön sehen, gerade bei Commander Krieger. Der hat hier oben immer so die Ecke rausgeschnitten. Hier wird mir ein Kanal empfohlen, wo ich jetzt direkt spontan würden mir die Minions als erstes ins Blickfeld rücken. Und bei Mr. Trashpack zum Beispiel hier in der Mitte ist es ganz häufig, dass bekannte YouTuber in den Mittelpunkt gerückt werden, deren Gesichter also immer zu sehen sind und so weiter und so fort. Also es gibt positive und negative Beispiele. Positives Beispiel hier auch kleinerer Kanal von einer Freundin von mir, Zeitzeugin Goodie. Hat das sehr schön gelöst, wie ich finde, mit diesem etwas verwischten schwarzen Rahmen. Dann häufig so dieser diagonale Streifen da drin. Hier auch Raffas in Fitnesskanal, auch ein Kumpel von mir. Auch sehr gut, sehr sauber gelöst, sehr regelmäßig gelöst. Das gefällt mir eigentlich richtig gut. Es geht ja darum, dass ihr mit euren Thumbnails zum einen den Zuschauer ansprecht, zum anderen aber auch einen Wiedererkennungswert erreicht, beziehungsweise auch eine gewisse Ruheroutine reinbekommt. Dass die Leute sofort wissen, schon wenn die euer Thumbnail vielleicht sehen, ach, das ist ein Sirius-Video. Das ist zum Beispiel bei den Daily News hier relativ stark gegeben. Neuerdings ist es ja hier leider so ein bisschen grau abgelegt, wenn ihr das schon angesehen habt. Das Video kann man hier ganz schön sehen. Die Angesehenen sind halt einfach grauer unterlegt als die, die ich angeblich nicht angesehen habe. Ich weiß nicht, inwiefern oder wie schnell sich das aktualisiert. Aber hier anhand der Daily News kann man vielleicht ganz schön sehen. Es ist ein relativ einheitlicher Look, den ich da nutze. Und durch das Thumbnail, also durch die Bilder auf der rechten Seite, versuche ich dann nochmal etwas mehr Aufmerksamkeit zu generieren, vielleicht für das Spiel, was mir gerade am wichtigsten in der News erschien. Dabei ist es interessanterweise so, dass nicht mal die, Achtung, Titten-Thumbnails die meisten Klicks bringen, sondern teilweise so, je nachdem welches Thema ich gewählt habe, also welches Thema in der Überschrift steht. Ich habe hier das zweite Thumbnail von rechts in den Daily News, ist zum Beispiel ein Thumbnail zu Dead or Alive. Also sehr bewusst mit einem Bikini-Ausschnitt gewählt, hat aber zum Beispiel deutlich weniger Aufrufe als das ganz schöne, wie ich finde, Star Wars Thumbnail daneben. Und so zieht sich das hier auch mehrfach durch. Das kann hier mal mit einem Brustoberteil 11.000 Klicks kriegen. Es kann aber zum Beispiel mit einem Skyrim-Logo, mit einem Eyecatcher, dann ganz einfach da 12.000 Klicks kriegen. Also das ist nicht immer so, dass ein Titten-Thumbnail, so wie man das sagt, unbedingt Klicks bringt. Aber das kann man natürlich auch nicht verschweigen, dass Sex-Sells und Mädels auf Videos, wie wir hier unten sehen, Janna von 61 Minuten Sex, anscheinend hier auch für diese Florida-Parts hier mit dem Video, wo sie drauf zu sehen ist, mit 23.000 Klicks quasi vorne liegt. Im Gegensatz zum Krokodil, zum Alligator. Aber so kann man eigentlich von der Einteilung sehen, dass sich meine Thumbnails alle ähneln. Hier, ich gehe mal auf die Hardware-Videos oder hier unten auch nochmal im Vlog ganz schön zu sehen. Finde ich, ist auch ein ganz schönes Beispiel. Ist bewusst schwarz-weiß gehalten, weil das Video-Format auch schwarz-weiß ist. Ich bin zum größten Teil immer selber auf den Thumbnails zu sehen. Mit einer Zähne aus dem Video, häufig mal irgendwie hier Facepalm, denkende Pose und so weiter und so fort. Das gefällt mir eigentlich ganz gut zum Thema. Bei der YouTube-Basic-Serie habe ich mich eigentlich für ein sehr ruhiges Design entschieden. Da hätte ich eventuell auch ein bisschen mehr noch auf den Tisch hauen können. Muss ich jetzt ganz einfach mal sagen. Aber hier auch nach wie vor, man kann sehen, das zieht sich mit den Thumbnails immer so durch vom Look. Da können wir mal als Vergleich, ziehe ich hier mal einfach zwei befreundete Kanäle rein. Das ist einmal Giga Games und einmal Commander Krieger. Wo wir einfach mal ganz kurz checken können, wie sieht das denn aus vom Look. Hier zum Beispiel ganz gut, schön gemacht bei Giga Top Montag. Auch immer den Top Montag hier an derselben Stelle, an derselben Höhe und so. Und auch die Thumbnails sind von der Farbgestaltung eigentlich ähnlich. Das hat ja alles so einen rot-orange Look. Hier drunter ist Giga Glorious, ist ein PC-Format, überall oben mit der Ecke gekennzeichnet. Genauso wie bei den News. Also auch hier versucht man durch eine einheitliche Gestaltung der Playlisten einen Look zu generieren, der den Zuschauer anspricht und der auch einen gewissen Wiedererkennungswert bietet. Bei Commander Krieger bietet sich jetzt ein Bild, was ein ganz klein bisschen mehr durcheinander ist. Da finde ich persönlich dieses Fickt euch hier Hacker, finde ich noch am ansprechendsten. Hier mit den runden Ecken, weil sich das natürlich einfach von diesem Standard viereckigen Design von YouTube Thumbnails ein ganz klein bisschen abhebt und so durch oder dadurch auch seine Videos schneller zu erkennen sind, als wenn es zum Beispiel hier nur das reine Gaming-Vorschaubild ist, wie wir das vorher hatten. Das sind auch hier ältere Videos, könnt ihr sehen, vier Jahre, drei Jahre und so weiter. Da hatte man ja einfach nur das Thumbnail da, was einem aus dem Video geboten wurde. Hier auch ganz schön Game Over, Trials Evolution, finde ich, ist auch ein relativ schönes Beispiel. Oder weiter unten links Top 5, You Vote Compilation, finde ich, ist auch sehr gut gelöst. Das springt halt sofort ins Auge, denn was man bedenken muss, ist, dass diese Thumbnails immer sehr, sehr klein angezeigt werden. Also wenn ich jetzt einmal zum Beispiel auf meine Daily News gehe, dann, oh, guck mal hier, schöne Werbung, dann sind die Thumbnails ja hier auf der rechten Seite alle nochmal wesentlich kleiner. Ja, also das bedeutet, im Gegensatz zu den Vorschaubildern auf der eigentlichen Kanalseite begegnen euch die Thumbnails relativ häufig neben Videos, die ihr bereits am PC anschaut. Hier eigentlich auch nochmal das ganz schöne Beispiel, dass sich das Design bei mir immer durchzieht und dass man trotzdem relativ schnell erkennen kann, um welches Spiel, um welche Serie es sich jetzt hier handelt. Also ganz klar, diese weiß-grauen mit dem grünen News-Button sind sofort als Daily News zu erkennen, auch wenn ich hier so durchscrolle. Und Battlefield Hardline ist sehr schön zu erkennen. Und dann andere Sachen, wie zum Beispiel dieses Behind-the-Scenes, ist dann extra nochmal plakativer gehalten, dass es nochmal vom Look ganz einfach ein bisschen rausfällt. Aber das sind halt ganz einfach Dinge, auf die ihr sehr, sehr stark achten müsst, dass ihr die Thumbnails eben auch auf eine sehr, sehr kleine Vorschau zuschneidet. Ich gehe mal einmal auf die YouTube-Startseite und gucken wir mal, was uns da so erwartet. Das ist jetzt wieder so diese mittlere Größe. Ich nehme jetzt mal einfach das Bild von Gronkh, weil er ist ja eigentlich prädestiniert dafür, Vorzeiges-Humbnails zu machen. Macht er auch richtig gut, aber auch hier muss ich sagen, bei City Skyline, was hier drunter steht, kann ich zum Beispiel in dieser Größe trotz großen Monitores nicht mehr lesen. Battle Bros bedient sich hier auch einer großen Schrift. Wir können ja auch mal, das ist zum Beispiel ein Negativbeispiel, PC Games Hardware benutzt hier einfach irgendwelche Bilder. Das ist zum Beispiel ein totales Kuddelmodel. Also wenn man die mir jetzt hier so vorliegen würde, dann könnte ich nicht entscheiden, inwiefern gehört das Thumbnail jetzt zu dem Kanal. Ja, okay. Hier oben wird es halt mit eingeblendet. Bei denen weiß ich es halt nicht. Bei den anderen, die wir rechts und links haben. Wenn wir jetzt einfach Gaming News als Suchbegriff nehmen, dann könnt ihr wahrscheinlich auch auf den ersten Blick hier die Daily News herausfiltern. Ja, also ich finde, das kann man ganz gut erkennen. Das bedeutet jetzt nicht, dass die anderen Thumbnails schlechter sind oder so, sondern die sind teilweise auch richtig gut. IGN hier mit einem blonden Mädel wird vermutlich auch häufig geklickt. Und die Thumbnails von Boogie sind auch relativ durchgängig. Ihr seht es halt immer vor der Webcam. Kann man also auch gut erkennen. Ich würde sagen, wir begeben uns jetzt mal zu Photoshop und gucken uns ganz kurz mal vom Nahen an, wie ist so ein Thumbnail überhaupt aufgebaut. Ich persönlich bearbeite halt meine Thumbnails mit Photoshop. Das soll jetzt aber keine Werbung für das Programm sein. Ich bin ganz einfach Photoshop Cloud Abonnent. Das funktioniert genauso gut mit jedem kostengünstigeren Programm beziehungsweise natürlich auch mit kostenlosen Programmen, denn es soll ja nicht grundsätzlich darum gehen, wie bedient man solch ein Grafikprogramm. Da bin ich jetzt auch vielleicht nicht der eine absolute Experte drin, sondern es soll vielmehr um den visuellen Stil eurer Thumbnails gehen, wie man Thumbnails gestaltet, optisch attraktiv macht oder wie sie ganz einfach zu einem Eyecatcher werden können. Ich habe mir eben einen Ordner angelegt, wo so aktuellere Photoshop Thumbnails drin sind, bei mir abgespeichert sind. Die könnte ich sicherlich jetzt auch zum größten Teil schon wieder herauslöschen. Ich suche mir aber ganz einfach mal Skyrim Mods zum Beispiel aus und dann können wir von mir aus noch wahlweise die Daily News mehr öffnen. Und dann werden wir sehen, dass das relativ ähnlich zueinander ist. So, das dauert jetzt relativ lange. Das verwundert vielleicht ein bisschen, aber ich habe echt hunderte von Bildern dahinter liegen. Ich bin da nicht sonderlich ordentlich mit, muss ich gestehen. Im Grunde genommen fangen wir hier ganz einfach an mit dem Skyrim Mod Thumbnail, was ich im Moment auch für Falsgar benutze. Das besteht im Großen und Ganzen eigentlich nur aus drei Elementen. Das bedeutet, das besteht hier aus der Überschrift Skyrim Falsgar, dann aus dieser weißen Abtrennung mit dem Riss, was hier so meine Charakteristik oder mein Wiedererkennungswert ist bei den Thumbnails und dann ganz einfach aus einem individuellen Bild. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel hier diesen Mittelteil wegklicke, dann hat das Ganze wieder einen komplett anderen Look. Hier kann man noch ganz schön sehen, dass ich die ganzen alten Thumbnails streckenweise dahinter liegen habe, sodass wir immer wieder gucken können, Mensch, wie sah denn jetzt irgendwas aus? Und bei diesen Thumbnails hier mit dem Drachen war es dann zum Beispiel so, dass ich dann stellenweise die weiße Fläche einfach noch nach rechts verschoben habe, um mehr vom Drachen zu sehen. Es macht aber teilweise auch Sinn, selbst das im selben Bereich und im selben Rahmen zu lassen. So, das Gleiche gilt jetzt eigentlich für die Daily News. Da könnt ihr sehen, da habe ich den Rissen ganz klein bisschen anders aufgebaut. Eventuell erkennt man das besser, wenn wir hier ein dunkles Thumbnail nehmen. Also im Gegensatz zum Mod-Verlauf, wo es von links nach rechts unten verläuft, ist es hier umgekehrt. Hier sind wir halt rechts oben nach links unten. Das gibt mir hier ein ganz klein bisschen mehr Fläche. Und ja, was ich mir zum Beispiel festlege, ist die Position, auf der die Schriften positioniert sind, das mache ich nicht immer ganz 100%, muss ich jetzt gestehen, aber ich versuche halt eigentlich diese Einteilung beizubehalten, insofern das denn irgendwie noch möglich ist. Hier ist es halt genau das Gleiche, dass ich eigentlich versuche, immer interessante Dinge herauszufinden oder herauszusuchen, interessante Thumbnails, die auch vielleicht so schon funktionieren würden, die auch vielleicht schon so eine Optik hätten, die ganz nett sind. Hier können wir noch sehen, das war von dieser Star Wars Geschichte, wo ich geworben habe für in Köln, wird da so eine Ausstellung für sein. Und ja, so sehen die Daily News halt fertig aus. Ich habe mir jetzt mal die beiden fertigen Thumbnails nochmal hier reingezogen und was man jetzt zum Beispiel ganz schön machen kann, um zu checken, ob so ein Thumbnail auch in einer anderen Größe funktioniert, ist ganz einfach, dass ihr euren Bildschirm screenshotet. Also zum Beispiel einmal hier mit den kleinen Thumbnails oder mit den etwas größeren aus dem Kanal. Und dann nehmen wir uns einfach das ganze Bild hier. Das ist bei mir, hat das immer Full HD Qualität. YouTube sagt eigentlich, das soll 1280 mal 720 Pixel haben. So, jetzt nehme ich mir hier einfach mein Vorschaubild. Wenn ich das denn noch übe, sage ich jetzt mal, bei mir ist das Design ja mittlerweile abgeschlossen. Aber jetzt kann ich einfach mal hergehen und mir das Vorschaubild auf die Größe projizieren, welche es denn hätte, wenn es in so einem Vorschaubereich anfängt. Ja, also die Größe hätte das Thumbnail letztendlich, wenn es angezeigt wird. Ja, also muss ich mir eigentlich immer denken, wenn ich so ein Thumbnail erstelle, ich gehe mal auf die Daily News, funktioniert das auch wirklich, wenn das nur noch so eine Größe hat. Das könnt ihr hier sehen, ja, das ist relativ ähnlich. Also, es macht immer Sinn, das beim Entwerfen schon mal wirklich klein zu ziehen, um ganz einfach zu checken, Mensch, funktioniert das auch in einer anderen Größe? Ne, das kann ich natürlich hier auch umgekehrt machen mit dem anderen Bereich, mit dem Vorschaubereich, dass ich jetzt sage, okay, wenn es natürlich in ganz klein funktioniert, dann können wir eigentlich auch davon ausgehen, dass es nach einer Nummer größer funktioniert und dann ziehen wir uns das eben auf die entsprechende Größe und dann können wir uns das vielleicht auch vorstellen, einfach wie das visuell wirkt. Dabei geht es jetzt gar nicht darum, dass das gerade unscharf geworden ist durch Groß- und Kleinziehen, sondern einfach, dass man sich beim Erstellen bedenkt, Mensch, okay, also das sieht immer toll aus, ja, das sieht immer super aus, wenn ich in so einer Größe arbeite, ja, wenn ich auf 100% arbeite, das sieht immer alles ganz knackscharf aus und super schön aus und so, aber wie sieht es aus in dem Größenbereich, ja, wo es vielleicht angezeigt wird, vielleicht gucken die Leute es auf dem Handy und dann ist es auf einmal nur noch so groß, ja, also immer bedenken, dass ein Thumbnail in sehr, sehr kleiner Form auch gut zu erkennen sein muss. Ich werde jetzt mal Folgendes machen und das Ganze habe ich jetzt hier nachkommentiert, ich nehme mein Skyrim Thumbnail und versuche das ganz einfach mal so zu verändern, ohne dass ich mir jetzt groß im Vorfeld Gedanken darüber gemacht habe, wie man einfach einen neuen Look kreieren kann, der sich auch von anderen Thumbnails absetzt. Ganz viele Kanäle benutzen dazu zum Beispiel abgerundete Ecken, schräge Kanten, dass sie kreisrunde Elemente mit einbringen, dass sie Teile vom Thumbnail weiß lassen und so, dass es halt aus dieser gezwungenen quadratischen Form rausfällt und so weiter. Ich habe mir jetzt wirklich im Vorfeld keine Gedanken zu diesem Video gemacht, sondern ich habe gedacht, ich spiele jetzt einfach mal mit zwei, drei Optionen rum, die Photoshop oder jedes andere Bildbearbeitungsprogramm bietet und schaue mal, was dabei herauskommt, um letztendlich einen neuen Look zu kreieren, weil es geht ja nicht darum, dass ihr jetzt meinen Look übernehmt. Das wäre ja auch vollkommen der falsche Ansatz, weil dann würde jeder denken, ach, das ist ein Sirius-Video, klickt das an, merkt, das ist kein Sirius-Video, klickt das wieder weg, einen Daumen nach unten, ihr habt eine Watchtime kaputt und so. Also es geht immer darum, einen eigenen individuellen Look aufzubauen und da gibt es halt grafisch so viele Möglichkeiten. Es schadet natürlich nicht, mal andere Kanäle anzuschauen, andere Thumbnails anzuschauen, was würde euch gut gefallen und so weiter und so fort und dann einfach mal mit den Dingen ein bisschen rumspielen. Bei mir war das ja auch von Anfang an nicht perfekt, sondern diesen Look, den ich jetzt benutze, benutze ich seit anderthalb, zwei, seit zwei Jahren vielleicht. Davor war es bei mir auch noch ein wildes Kuddelmuddel irgendwie. Ja, so ist das Skyrim-Logo jetzt zum Ende hin geworden. Das hat auch überhaupt keinen Anspruch auf Perfektion. Das war jetzt wirklich nur so ein kurzes Basteln mit zwei, drei Möglichkeiten, ohne sich viel Gedanken darüber zu machen. Man kann aber schon sehen, dass man mit diesen runden Ecken einen komplett anderen Look erreichen kann. Schrifttype macht natürlich viel aus. Wo positioniere ich meine Schrift? Wie groß ist meine Schrift? und so weiter und so fort. Mache ich vielleicht Elemente, die durchscheinen, wie diesen Balken unten. Benutze ich unterschiedlich für Farbvarianten pro Spiel und so weiter und so fort. Da einfach mal eurer Kreativität freien Lauf lassen und ich setze mal das Thumbnail hier zwischen und dann erkennen wir ganz einfach, dass das nicht zu meinem Look passt, aber ein sehr individuelles Thumbnail ist. Also das Thumbnail würde jetzt auf meinem Kanal schon ziemlich herausstechen und vermutlich würde man das auch als erstes jetzt anklicken, weil man denkt, das ist irgendwas anderes, das muss vielleicht was Besonderes sein. So, ich lasse euch jetzt an dieser Stelle ganz einfach alleine. Ich hoffe, das etwas längere Video zum Thema Thumbnails hat euch gefallen. Das Ganze ist natürlich wieder mit freundlicher Unterstützung von Elgato entstanden. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video, meine Freunde. Und haut rein! Amen. Vielen Dank.